Fangt an, in jeder Situation das Gute zu suchen, dann werdet ihr ein viel glücklicherer Mensch sein. Und es wird euer Herz von all dem Negativen frei halten, das dort hinein will. Es ist erstaunlich, wie viel negatives Gerede es heute gibt. Ich habe es so satt, negative Dinge zu hören. In den letzten Sendungen haben wir über Authentizität gesprochen und darüber ein Ja zu unserer Einzigartigkeit zu finden. In der Bibel steht, glücklich sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Nun, ein reines Herz und Authentizität hängen im Grunde zusammen. Es geht darum, auch nach außen hin wirklich die Person zu sein, die man innerlich ist. Einleitend ein paar Gedanken zu diesem Thema. Wer ein reines Herz hat, der ist stark. Wer ein reines Herz hat, der ist, wie gesagt, authentisch. Gott möchte, dass wir authentisch sind. In der Bibel sagt er uns, dass ihm die Reinheit unseres Herzens viel wichtiger ist als unser Aussehen oder das, was wir vor anderen Menschen tun. Wenn jemand, der ein reines Herz hat, etwas Falsches tut, gibt er sein Fehlverhalten schnell zu. Er tut Dinge aus den richtigen Gründen. Beweggründe sind Gott sehr wichtig, und sie sollten auch uns wichtig sein. Bei unseren Beweggründen geht es nicht darum, was wir tun, sondern warum wir es tun. So viele Menschen handeln aus unreinen Motiven heraus. Halten wir manchmal inne und fragen uns, warum tue ich das? Wir geraten zu sehr in den Sog unseres eigenen Tuns. Wer reine Motive hat, der tut Dinge, weil er aufrichtig glaubt, dass sie dem Willen Gottes entsprechen. Sein Wunsch ist es, Gott zu gefallen und anderen Menschen zu helfen. Er lernt gerne alles über sich selbst, was ihm hilft, das zu tun. Würde Gott euch jetzt einige Dinge in eurem Herzen zeigen, die nicht in Ordnung sind, wärt ihr dann froh, dass er sie euch gezeigt hat? Würdet ihr das bereitwillig annehmen? Würdet ihm sogar dafür danken, dass er euch darauf aufmerksam gemacht hat? Wir müssen uns die Zeit nehmen, das zu tun, was der Psalmist David sagte, nämlich über das, was in unserem Herzen vor sich geht, nachzudenken. David lag nachts im Bett und dachte über Dinge nach. Ich glaube, manchmal müssen wir innehalten und uns fragen, was geht in meinem Herzen vor sich? Was meinte Jesus damit, dass die, die ein reines Herz haben, Gott sehen werden? Nun, er meinte damit nicht, dass wir Gott buchstäblich sehen würden. Ich glaube, er meinte, wer ein reines Herz hat, der hat einen geistlichen Scharfblick. Er kann viel schneller und leichter wahrnehmen, was Gott von ihm möchte. So eine Wahrnehmung ist eine wunderbare Sache, einen tieferen Blick zu haben, statt im Leben alles immer nur oberflächlich zu betrachten. Die Message-Bibelübersetzung gibt Matthäus 5, Vers 8 so wieder. Gesegnet seid ihr, wenn ihr eure innere Welt, euer Herz und euren Geist ordnet. Dann könnt ihr Gott in der äußeren Welt sehen. Der berühmte Künstler Leonardo da Vinci wurde einmal von Kindern besucht, während er beim Malen war. Ein Kind stieß versehentlich seine Leinwand um und er wurde sehr wütend. Er war gerade dabei gewesen, das Gesicht von Jesus zu malen, tat sich aber schwer damit. Er konnte nicht verstehen, warum er nicht in der Lage zu sein schien, das Gesicht von Jesus zu malen, bis Gott ihm klarmachte, dass seine Wut ihn daran hinderte. Solange er nicht Buße tat und dieses Hindernis beseitigte, war er nicht in der Lage, das Gesicht von Jesus zu malen. Ich frage mich, wozu wir alles nicht in der Lage sind, auch in unserem Engagement für Gott, weil wir Unbereinigtes in unserem Herzen haben. Was ist in eurem Inneren los? Nehmt euch etwas Zeit, mal in euch zu gehen. Wisst ihr, wir können jemanden anlächeln und gleichzeitig wütend auf ihn sein. Wir können im Gottesdienst mitsingen und uns gleichzeitig überlegen, was wir später zu Hause kochen wollen. Wir können mit zwei Dingen gleichzeitig beschäftigt sein. Was sind nun einige Dinge, die das Herz verunreinigen? Negative Emotionen, wie Wut, Selbstmitleid, Neid, Unversöhnlichkeit und Bitterkeit. Ich kann euch sagen, heutzutage gibt es viele wütende Menschen. Es gibt so viele Menschen, sogar Christen, die Unversöhnlichkeit im Herzen tragen, sich schnell gekränkt fühlen und andere kritisieren. Wie häufig zieht ihr über andere Menschen her? Wir sollten den Heiligen Geist wirklich bitten, uns darauf aufmerksam zu machen, wenn wir das tun. Gott hat uns nicht den Platz des Richters zugedacht. Das zu begreifen ist sehr hilfreich. Murren, sich beschweren, meckern und an allem etwas auszusetzen haben. Das kann das Herz verunreinigen. Verborgene Sünden, von denen man befürchtet, dass sie ans Licht kommen. Sünden, die man noch nicht bereinigt hat. Oder Sünden, derer man sich zwar bewusst ist, aber mit denen man einfach weitermacht. Man hat gar nicht vor, mit diesem Fehlverhalten aufzuhören. Was veranlasst jemanden dazu? Nun … Neulich sprachen wir mit einem Christen, der mit jemandem zusammenlebt, ohne verheiratet zu sein. Als wir diese Person zur Rede stellten und sie fragten, warum sie das tat, sagte sie, ach, ich glaube, Gott versteht das schon. Wisst ihr, was Gott versteht? Sein Wort. Er macht für uns keine Ausnahmen, nur weil es unserer Meinung nach einen guten Grund für unser Fehlverhalten gibt. Wir müssen aufwachen und erkennen, dass es in unserer heutigen Welt moralisch bergab geht. Wir müssen aufpassen, dass wir von der Strömung nicht mitgerissen werden. Auch Angst kann uns von einem reinen Herzen abhalten. Und Bitterkeit gegenüber Gott, weil Dinge in unserem Leben passiert sind, die wir für unfair halten. Wir meinen, Gott hätte unsere Gebete nicht erhört. Ich will euch etwas fragen und darüber müsst ihr möglicherweise erst einmal nachdenken. Seid ihr vielleicht ein kleines bisschen wütend auf Gott, weil er euch eure Wünsche nicht erfüllt hat? Schaut ihr auf andere Menschen, die haben, was ihr euch wünscht, doch Gott scheint es euch vorzuenthalten? Wer ein reines Herz hat, der glaubt immer das Beste. In der Bibel steht, dass Liebe immer das Beste von jedem glaubt. Die Reinheit des Herzens ist also eng mit der Liebe verknüpft. Das werdet ihr gleich in einer Bibelstelle sehen. In Titus 1, Vers 15 steht, für Menschen, die ein reines Gewissen haben, ist alles rein. Wenn wir ein reines Gewissen, ein reines Herz haben, sehen wir Reinheit auch in anderen Menschen. Doch für die Verdorbenen und Ungläubigen ist überhaupt nichts rein, weil ihr Denken und ihr Gewissen beschmutzt sind. Wer kein reines Herz hat, der hat an allem und jedem etwas auszusetzen. Wer hingegen ein reines Herz hat, der sucht und findet in allem das Gute. Heute Morgen ist Folgendes passiert. Ich stehe sehr früh auf, noch vor Tagesanbruch. Dann schnappe ich mir gerne einen Kaffee und setze mich ins Halbdunkel. Wenn es kalt genug ist, mache ich den Kamin an. Oder ich lasse die Morgendämmerung einfach durchs Fenster kommen. Ich trinke meinen Kaffee und bete. Ich rede einfach mit Gott. Nun, ich hatte heute Morgen eine SMS von jemandem in Australien erhalten. Für die Person war es bereits der späte Nachmittag. Aber für mich war es der frühe Morgen. Ich stellte meinen Kaffee auf die Armlehne meines Sessels, was ich nicht hätte tun sollen. Ich hätte ihn auf den Tisch stellen sollen. Auf dem Tisch lagen meine Vortragsnotizen für heute. Als ich nun diese SMS beantwortete, stieß ich versehentlich meinen Kaffee um und verschüttete ihn über meine Vortragsnotizen, den Tisch und den Teppich. Wenige Sekunden später kam Dave in die Küche spaziert. Normalerweise steht er erst einige Stunden später auf. Ich gehe nämlich viel früher ins Bett als Dave und stehe auch früher auf. Er bleibt etwas länger wach und steht etwas später auf. Dave ist immer äußerst hilfsbereit, wenn mir ein Missgeschick passiert. Entsprechend sagte er, lass mich das machen. Ich mach das für dich sauber. Ich holte ihm etwas Küchenpapier und er begann, alles sauber zu machen und den Kaffee von meinen Vortragsnotizen wegzuwischen. Dabei wurde mir bewusst … Ja, es war blöd, dass ich den Kaffee auf meine Vortragsnotizen verschüttet hatte, aber ich erlebte etwas Gutes in dieser Situation. Denn Dave war zu einer Stunde aufgestanden, zu der er normalerweise nicht aufsteht. Und er war da, um mir zu helfen. Fangt an, in jeder Situation das Gute zu suchen. Dann werdet ihr ein viel glücklicherer Mensch sein. Und es wird euer Herz von all dem negativen Freiheiten, das dort hinein will. Es ist erstaunlich, wie viel negatives Gerede es heute gibt. Ich habe es so satt, negative Dinge zu hören. Die Regierung hat dieses und jenes getan und die Nachrichten und bla bla bla. Der und der hat das und das gemacht. Manchmal, wenn Menschen damit anfangen, verlasse ich einfach den Raum. Ich gehe woanders hin. Ich will meinen Kopf zwar nicht in den Sand stecken und die Realität ignorieren. Aber wisst ihr, ja, es gibt Probleme in der Welt, doch wir haben Gott. Die Bibel verrät uns bereits das Ende der Geschichte. Am Ende gewinnen wir. Es mag einige Herausforderungen in der Mitte geben, aber am Ende gewinnen wir. In Römer 8, Vers 28 steht, dass für die, die Gott lieben und nach seinem Willen zu ihm gehören, alles zum Guten führt. Wir können also überall Gutes finden. Selbst wenn wir es nicht sofort finden, können wir es später finden. Aus dem Grund sollten wir sagen, ich weiß zwar noch nicht, was das Gute ist, aber ich weiß, dass Gott daraus irgendwie etwas Gutes machen wird. Wer ein reines Herz hat, der glaubt immer das Beste. In 1. Timotheus 1, Vers 5 schrieb Paulus, und das ist so eine aussagekräftige Bibelstelle, das Ziel meiner Unterweisung. Paulus sagte also, das Ziel seiner Bibellehre ist, dass alle Christen von der Liebe erfüllt sind. Das ist das wichtigste Thema der Bibel. Jesus sagt, so gebe ich euch nun ein neues Gebot. Liebt einander. So wie ich euch geliebt habe, sollt auch ihr einander lieben. Eure Liebe zueinander wird der Welt zeigen, dass ihr meine Jünger seid. Wenn es etwas gibt, worin wir uns üben müssen, dann in der reinen Liebe, darin andere Menschen aufrichtig zu lieben. Und wenn wir ihnen gegenüber nicht von Liebe geprägt sind, dann müssen wir uns innerlich neu ausrichten und uns, wenn nötig, bei ihnen entschuldigen. Das Ziel meiner Unterweisung ist, dass alle Christen von der Liebe erfüllt sind, die aus einem reinen Herzen kommt, aus einem guten Gewissen und aufrichtigem Glauben. Also, wir bewahren uns dadurch ein reines Herz, dass wir ein gutes Gewissen haben. Belastet euch euer Gewissen wegen etwas, das ihr getan habt oder tut? Dann bereinigt das mit Gott und bringt die Sache in Ordnung, damit ihr inneren Frieden haben könnt. Die Wahrheit siegt am Ende immer. Dazu möchte ich einige Bibelstellen vorlesen, die mich sehr ansprechen und auf die ich immer wieder zurückgreife. 1. Korinther 3, Verse 13 bis 15. Am Tag des Gerichts wird sich die Arbeit jedes Einzelnen im Feuer bewähren müssen. Das Feuer wird zeigen, von welcher Qualität das Bauwerk ist. Hier geht es um die Wiederkunft von Jesus Christus. An dem Tag, an dem er wiederkommt, wird alles offenbar werden. Die Wahrheit wird von allem wieder ans Licht kommen. Das Feuer wird es zeigen. Im Buch der Offenbarung wird Jesus mit feurigen Augen dargestellt. So beschreibt ihn uns Johannes. Wir werden eines Tages vor Jesus stehen und seine feurigen Augen werden die Qualität von allem, was wir im Leben getan haben, testen. Die Dinge, die wir aus falschen Motiven getan oder nicht bereinigt haben, werden dem Feuer nicht standhalten. Das Feuer wird zeigen, von welcher Qualität das Bauwerk ist. Hört mal, wie es weitergeht. Wenn es, das heißt die Dinge, um die wir uns im Leben bemüht haben, dem Feuer standhält, wird der, der es gebaut hat, Lohn empfangen. Gott hält Belohnungen für uns bereit. Ja, er belohnt uns auch schon in diesem Leben. Aber im Himmel hält er noch viel mehr Belohnungen bereit für das, was wir hier auf der Erde tun. Allerdings wird nur das belohnt, was aus reinem Herzen und guten Beweggründen getan wurde. Doch wenn sein Werk verbrennt, wird er einen schmerzlichen Verlust erleiden. Er selbst wird zwar gerettet werden, aber nur wie einer, der mit Mühe und Not einem Feuer entkommt. Das heißt, wir kommen nicht aufgrund unserer guten Taten in den Himmel, sondern aufgrund unseres Glaubens an Jesus. Aber wir alle haben ein Leben zu leben. Gott hat für jeden von uns bestimmte Aufgaben, die wir erledigen sollen. Es gibt für jeden von uns etwas zu tun, um das zu bauen, was die Bibel das Reich Gottes nennt. Dieses Reich wird nicht bloß durch eine Handvoll Prediger oder Bibellehrer gebaut, die auf einer Bühne stehen. Im Gegenteil. Paulus sagte, dass die Bibellehrer dazu da sind, die Christen auszurüsten, damit sie die eigentliche Arbeit tun können. Das Leben als Christ ist nicht dazu gedacht, nur auf Kirchenbänken oder Stühlen zu sitzen und die Person auf der Bühne zu bewundern und dankbar dafür zu sein, dass sie im Reich Gottes arbeiten. Nein. Jeder Christ sollte herausfinden, was Gott ihm aufträgt, und dann entsprechend handeln. Also, wir werden einzig und allein aus Gnade durch den Glauben gerettet. Sonst nichts. Aber es gibt durchaus Aufgaben zu erledigen, und für diese Aufgaben werden wir belohnt, wenn unsere Motive stimmen. Ich persönlich finde das sehr, sehr wichtig. Ich habe dadurch viel gelernt. In der Bibel ist von Menschen die Rede, die zwar Gutes taten, aber aus falschen Motiven. Jetzt wenn sie Herr zu mir sagen, heißt das noch lange nicht, dass sie ins Himmelreich kommen. Entscheidend ist, ob sie meinem Vater im Himmel gehorchen. Am Tag des Gerichts werden viele zu mir kommen und sagen, Herr, Herr, wir haben in deinem Namen prophezeit und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und viele Wunder vollbracht. Doch ich werde ihnen antworten, ich habe euch nie gekannt. Ich habe euch nie gekannt. Fort mit euch. Ihr lebt nicht nach Gottes Gebot. Es gab also Menschen, die scheinbar Großes im Namen Jesu taten, doch Jesus sagt, ich habe euch nie gekannt. Ein Mann namens Simon wollte die Kraft des Heiligen Geistes haben, aber aus falschen Beweggründen. Er bot den Aposteln Geld an, damit sie ihm die Hände auflegten und ihm die Kraft übertrugen, die sie hatten. Hört, was sie ihm antworteten. Doch Petrus erwiderte, dein Geld soll zusammen mit dir verderben, weil du glaubst, du könntest Gottes Geschenk kaufen. Du hast kein Recht darauf, weil dein Herz … Hier haben wir wieder das Herz. Weil dein Herz vor Gott nicht aufrichtig ist. Hilfe. In Jakobus 4, Vers 3 ist vom Gebet die Rede. Und das Gebet ist so wichtig. Im Ernst. Das Gebet ist eines der größten Vorrechte, die wir haben. Jesus sagt, wenn ihr mit mir verbunden bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt, und es wird euch gewährt werden. Das ist erstaunlich. Was für ein Bibelfers. Allerdings muss das, worum wir bitten, aus einem reinen Herzen kommen und den richtigen Motiven entspringen. Jakobus 4, Verse 2 und 3. Doch euch fehlt das, was ihr so gerne wollt, weil ihr Gott nicht darum bittet. Und selbst wenn ihr darum bittet, bekommt ihr es nicht, weil ihr aus falschen Gründen bittet und nur euer Vergnügen sucht. Das bedeutet nicht, dass jeder, der noch auf eine Gebetserhöhung wartet, die falschen Motive hat. Aber wir müssen schon unsere Motive reinigen. Sagen wir mal, ich bete dafür, dass mein Dienst wächst. Nun, möchte ich nur, dass mehr Menschen vor mir sitzen, damit ich mich erfolgreich und beliebt fühlen kann? Oder möchte ich Menschen wirklich helfen? Das sind Fragen, die wir uns stellen müssen. Und ich sage euch, das ist nichts, worauf wir immer eine schnelle Antwort bekommen. Wie David sagte, wir müssen innehalten und darüber nachdenken, was in unserem Herzen vor sich geht. Jeremia 17, Vers 9 mahnt uns, nichts auf dieser Welt ist so hinterhältig und verschlagen wie das Herz des Menschen. Wer kann es durchschauen? Psalm 4, Vers 5. Erzittert und sündigt nicht. Denkt nach in eurem Herzen auf eurem Lager und seid still. Und bereut die Dinge, die ihr in eurem Herzen sagt. Wow! Ertappt ihr euch auch manchmal dabei, wie ihr neidisch oder eifersüchtig auf jemanden seid? Ihr würdet es demjenigen nicht sagen. Aber in eurem Herzen seid ihr es. Das ist etwas, wovon ich versuche, mein Herz reinzuhalten. Wenn ich mich dabei ertappe, wie ich auf jemanden neidisch bin, erinnere ich mich daran und sage, das ist eine Sünde. Ich möchte das nicht in meinem Herzen haben. Wir müssen wirklich aufpassen, was in unserem Herzen ist, denn unserem Herzen entspringen Kraft und Leben. Lukas 14, Vers 12. Dann wandte er Jesus sich an seinen Gastgeber. Wenn du mittags oder abends Gäste zum Essen einlädst, dann lade nicht deine Freunde, Brüder, Verwandten oder reichen Nachbarn ein. Denn sie werden es dir vergelten, indem sie dich ebenfalls einladen. Jesus sagt damit nicht, dass wir Freunde oder Verwandte nicht zum Essen einladen dürfen. Vielmehr meint er, ladet sie nicht nur ein, damit sie euch ebenfalls einladen. Gebt jemandem nicht nur deshalb ein Geschenk, damit ihr selbst etwas bekommt. Macht jemandem nicht nur ein Kompliment, damit er euch auch ein Kompliment macht. Das sind falsche Motive. Richtige Motive wären es deshalb zu machen, weil man anderen etwas Gutes tun möchte oder weil man glaubt, dass Gott es will. Also, wir müssen lernen, ohne Hintergedanken zu geben. Wow. Lernt, ohne Hintergedanken zu geben. Wenn wir etwas für jemanden tun und ihn dann später um einen Gefallen bitten und derjenige Nein sagt, verrät uns unsere Reaktion sehr schnell, ob wir die Sache wirklich ohne Hintergedanken getan haben oder ob wir meinen, der andere sei uns etwas schuldig. Die Bibel stellt unmissverständlich klar, wie wichtig es ist, unseren Herzenszustand vor Gott in Ordnung zu halten. Aber ich möchte noch einmal betonen, das geht nur, wenn wir uns die Zeit dafür nehmen. Wir müssen wirklich unter die Lupe nehmen, was in unserem Herzen ist. In Johannes 3, Verse 19 bis 20 sagt Jesus, Und so vollzieht sich das Gericht. Das Licht ist vom Himmel in die Welt gekommen. Aber sie liebten die Dunkelheit mehr als das Licht, weil ihre Taten böse waren. Sie hassen das Licht, weil sie im Dunkeln Böses tun. Sie bleiben dem Licht fern, weil sie Angst haben, dass ihre Taten aufgedeckt werden. Was bedeutet das? Am besten fangt ihr an, so zu beten, wie ich es euch heute nahegelegt habe. Bittet Gott, euer Herz zu reinigen. Bittet ihn, euch zu zeigen, ob es Dinge in eurem Herzen gibt, die ihm nicht gefallen, Haltungen, die nicht richtig sind. Fangt einfach an, Gott zu fragen, bin ich wütend auf irgendjemanden? Gibt es jemanden gegenüber, dem ich unversöhnlich bin? Gibt es irgendeine Kränkung in meinem Herzen? Ich wäre sehr, sehr überrascht, wenn ihr das nicht in irgendeinem Lebensbereich braucht, und sei es nur ein kleines bisschen. Es gibt so viele Gelegenheiten, sich auf den Schlips getreten zu fühlen. Die Bibel ruft uns auf, uns nicht kränken zu lassen. Das gefällt mir. Der Teufel bietet uns viele Gelegenheiten an, uns beleidigt zu fühlen, aber wir müssen darauf nicht eingehen. Oft geht es um viele kleine Kränkungen, eine nach der anderen, eine nach der anderen. Wisst ihr, warum sich viele Ehepaare scheiden lassen? Wegen tausend Kleinigkeiten, die sie nie vergeben haben, kleine Kränkungen, die sich angesammelt haben. Beide Partner haben Buch über das geführt, was der andere nicht tut, ohne seine Leistungen zu würdigen oder das Gute an ihm zu sehen. Wisst ihr, wenn wir immer nur auf das achten, was an anderen auszusetzen ist, dann gibt es am Ende niemanden mehr, den wir mögen. Dann gibt es niemanden, mit dem wir gute Gemeinschaft haben können. Wir müssen unser Herz untersuchen. Bin ich neidisch auf irgendjemanden? Bin ich wütend auf irgendjemanden? Das sind die Herzensangelegenheiten, die wir in Ordnung bringen müssen. Fangt an, diese Fragen im Gebet zu bewegen. Dann wird Gott Licht in euer Leben bringen. Dieses Licht wird die Wahrheit sichtbar machen. Und nur die Wahrheit macht frei. Scheut euch nicht vor dem Licht. Das ist das Problem, wie Jesus hier sagt. Sie bleiben dem Licht fern, weil sie Angst haben, dass ihre Taten aufgedeckt werden. Danke, dass ihr heute dabei wart. Schaltet auch nächstes Mal wieder ein. Gott segne euch. Das Joyce-Meyer-Team freut sich, von Ihnen zu hören. Rufen Sie uns gerne an. Als ich 13 war, fand ich heraus, dass mein Vater mit Drogen dealte. Oft musste ich mit ansehen, wie er meine Mutter schlug. Später habe ich mit meinem Partner dasselbe erlebt. Er hat mich geschlagen und sexuell missbraucht. Ich fing an zu glauben, dass ich wertlos sei und so nichts zu gebrauchen. Zweimal habe ich versucht, mir das Leben zu nehmen. Patricia und Norbert, warum ist so ein Zentrum so wichtig? Was ist das Problem hier in Chile? Viele Frauen wachsen in einer Umgebung auf, in der Männer sie missbrauchten. Deshalb flüchten sich immer mehr Frauen in Drogen. Oft schlagen die Männer ihre Frauen. Sie machen sie zu Sklaven und zwingen sie als Drogenkurier zu arbeiten. Die Frauen haben zu viel Angst, um auszusteigen und zu ihren Familien zurückzugehen. Wir haben hier ein neun bis zwölfmonatiges Programm. Es gibt einen Lehrplan. Die Frauen lernen hier Schritt für Schritt im Glauben zu wachsen. Sobald sie stark genug sind, dürfen sie wieder zu ihren Kindern. Denn wenn diese Frauen von den Drogen frei werden und von dem, was sie in die Sucht getrieben hat, dann können sie auch die Mutter sein, die ihre Kinder brauchen. Die Partnerschaft mit Hand of Hope hat neuen Schwung in unsere Arbeit gebracht. Weil Hand of Hope ein Hilfsdienst ist, der dasselbe auf dem Herzen hat wie wir. Als ich begriffen hatte, dass Gott mir vergeben hat, obwohl ich anderen Menschen so viel Leid angetan und ihnen Drogen verkauft habe, war das so wunderschön. Weil ich wusste, dass mich jemand liebt. Heute sprechen mich manchmal Menschen an und sagen, ich hätte etwas Besonderes an mir. Etwas Besonderes? Ich weiß nicht. Aber als ich eines Tages in den Spiegel geschaut und mir selbst in die Augen gesehen habe, hat Gott zu mir gesagt, du bist wunderschön. Selbstbewusst zu sein hat viel damit zu tun, worauf wir unser Vertrauen setzen. Genau darum geht es in dem Buch von Joyce, du bist wunderbar gemacht. Joyce Meyer beschreibt darin, wie sie über die Jahre gelernt hat, ihre Gaben zu entdecken und kreativ einzusetzen und dabei frei und sie selbst zu sein. Mit diesem Buch für Frauen entdecken sie jeden Tag ein Stückchen mehr, wie kostbar sie eigentlich sind. Bestellen sie Du bist wunderbar gemacht telefonisch unter 040 88 88 411 11 oder im Internet unter Joyce-Meyer.de slash wunderbar Du bist wunderbar gemacht. Ich bin Anfang. Ich bin ich schon in der Nähe Ahnung, was ich tun. Ich bin ich schon in der Nähe Ahnung. Ich bin ich schon in der Nähe Ahnung. Ich bin ich im Leben. Ich bin ich erst. Ich bin im Leben.